Yo Crypto Chris, was ist die beste Art nachhaltig zu investieren, also welche Kryptowährung oder Aktie? Also ich nehme es mal an, nachhaltig soll heißen, niedriges Risiko und wenn das so ist, dann auf alle Fälle Bitcoin und auf einen langen, langen Zeitraum. Weil da kann wenig schief gehen, da sind die Gains so gut wie garantiert, auch wenn es jetzt keine Verhundertfachung ist oder so, aber auf gute 5 bis 10 Jahre, da kann schon eine Verzehnfachung drin sein, also Nachhaltigkeit, auf jeden Fall Bitcoin. Und ja zum Thema Aktien, da kann man genauso rangehen, respektive ich habe noch nicht mal erklärt, wie man rangehen sollte, man sollte denken, was ist das beste Projekt, was auch am langfristig, also was am längsten überleben wird, weil diese ganzen Coins, auch Ethereum, diese ganzen Smart Contract Plays, man weiß nicht, was sich da durchsetzen wird, welches Projekt verrecken wird, welches gehackt wird, also man muss immer so lang wie es geht in die Zukunft denken, Bitcoin entwickelt sich nur sehr langsam, das ist aber was Gutes in dem Fall und das wird voraussichtlich am längsten von diesen ganzen Kryptosachen überleben, wenn man so auch auf Aktien zugeht, dann ist das eine hilfreiche Einstellung, sage ich mal, was ist da zukunftsorientiert, langfristig, Google zum Beispiel, Amazon zum Beispiel, Tesla hat auch eine sehr gute Zukunft vor sich, also diese ganzen Tech-Unternehmen könnte man auf jeden Fall empfehlen, nichts davon ist natürlich das Financial Advice, aber ja langfristig denken und das würde ich als nachhaltig bezeichnen. Und ja, schau mal nach, ob das Plus eh weg ist, weil dann bleibt auch dein Krypto-Stash oder Aktien-Stash immer fresh. Und ja, schau mal nach, ob das Plus eh weg ist.